Musik Dank für dich. Und schauen Sie mal, ob Sie da noch ein paar von diesen Lego-Flugzeugen für Ihre Kinder oder direkt abgreifen können. Noch ein, noch ein, noch ein. Eine technische Durchsage. Marius Kinkler, 13 Jahre alt, bitte in der Halle 4, an der Ariane-Rakete auf dem Paparat. Marius Kinkler, 13 Jahre, bitte in der Halle 4, an der Ariane-Rakete auf dem Paparat. . Particularly nearer airports is a major problem these days. This aircraft deals with that very effectively. Wichtig. Ja, die A350-XWB-Familie. Die von Grund auf neu entwickelte A350-XWB ist die modernste. Dieses völlig neue und effiziente Design der A350-XWB umfasst modernste und einzigartige Technologien zur Leistungsoptimierung. Die A350-XWB bietet eine um 25% höhere Treibstoffeffizienz und um 25% niedrigere Sitzmeilenkosten im Vergleich zur Vorgängergeneration der Konkurrenz. Ja, und dadurch liegen natürlich auch die CO2-Emissionen deutlich, nämlich um ungefähr 5 und 25% niedriger, was die A350-XWB wirklich zu einem sehr umweltfreundlichen Flugzeug macht. Und zurzeit konkurriert die A350-XWB international mit der 787 von Boeing und auch mit der 777, allerdings ist sie deutlich besser aufgestellt als die aktuellen Modelle anderer Marktteilnehmer. Und diese Effizienz und diese Vorteile haben natürlich ihre Auswirkungen auf die Bestellung. Und so ist es, dass die A350-XWB bisher bereits 854 Festaufträge von 45 Kunden erhalten hat. 100 nautischen Meilen, das sind ungefähr 15.000 Kilometer. Die Länge und die Spannweite sind fast gleich. Mit einer Länge von 66,80 m hat der 350 XWB eine Spannweite von 64,75 m und eine Rumpfbreite von knapp 6 m. Well, a very large aircraft for such a quiet one, 66.8 m long, 64,75 m in Spann und 5.96 m to the tip of the fin. A350,60 m, 65,100 m, 65,75 m, 65,75 m und eine Rumpfbreite von icebergsfähig, das ist nicht richtig, wenigen und eine Rumpfflicht. die sich jetzt von der Landebahn rollt, ist das nächste Flugzeug bereits schon auf die Landebahn gerollt. Und das ist ein ganz besonderer Gast. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich die längste Anreise, aber wahrscheinlich hier zur ILA in Berlin, aus Japan kommt, kommt zu uns die Kawasaki P1. Und das ist ein ganz besonderer Gast. Und das ist ein ganz besonderer Gast.